Junge, du kannst doch eh nix. Wieder mal sehr spannend gerade hier, ich weiß. Ich würde auch mal gerne im März vom Spiel. Nicht im Ernst. Können wir irgendwas ausrichten? Ich glaube nicht. Ach Junge, das war gerade mal insgesamt sieben Schaden oder so. Was ist das denn? Was ist das denn wie ein Schild? Okay, kannst du das gerade nicht? Nicey und Tschüssikowski Mannandowski. Das ist wie euer Leben, ne? Ja, ja. Raumfahrt Medizin. Und tschau. Oh. Muuu muu 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 muu. Oh hey, there you are. Oh yeah, yep, that's the Lambda containment block. Take that elevator next to you. The probe in your asshole should interface with it. Geil. Aber warum war das doch immer drei Aliens? Oh. Hi. Ne, ich will ja gar nicht die Sonne jetzt gerade benutzen. Okay, hier können wir auch nichts machen. Außer den Aufzug jetzt benutzen. Okay, die Aliensonde. Ach, die haben wir jetzt ja hier. Schön. Geil. Great, you're in. You're looking for a security console. She'll be one above you and probe maintenance and another below you and the atmosphere processor? Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want though. Been a while since I did this. Oh, eh die Anzug bekommen. Kann der irgendwas? Nein. Ahem. 82er. Schön. Denk mal einen neuen Blaster hier. Wir sollen jetzt hier... was deaktivieren. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Okay. Gehen wir jetzt mal hier hin. Und schauen, was das hier so kann. Ah, okay. Dann... Ne, ich wollte gar nicht schwurzen. Nein. Peace. Was? What the heck? Was macht denn der da oben? Sehr creepy. Na, nicht furzen, Junge. Pass mal hier hin. Hm. Oh. Hi. Day 2. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. Mhm. Ah, da unten ist unser Mr. McKay. Ne, wie hieß der nochmal? Marshall oder sowas, ne? Ich weiß, keinen Bock gegen die zu fighten. Was können wir denn da jetzt machen? Leute. Warte mal. Warte mal. Kann ich das Ding hier öffnen? Schade. Denn wie wärs, wenn dieses Ding dann aufging? Und dann. Oh. So wie jetzt. Schön. Das wollte ich eigentlich haben. Jetzt ist der ein bisschen geschockt von dem Ganzen. Ist auch ein bisschen verständlich. Kann ich eigentlich gegen die mal eine Runde fighten, oder? Hi. Das müssen wir jetzt auf den drauf bannern. Wow. Das bringt total viel. Mu mu. Mu mu. Mu mu. Jungschen, du. Komm mal her. Mu. Ah, ja klar. Was kann die denn eigentlich? Wenn deine Behörde mit der Maus hast, um umzureffen. Ja, okay. Was zum... Der macht direkt sechs Schilder kaputt. Das ist geil. Das ist echt geil. Das könnte sogar noch Spaß machen. Oh, jetzt ist das Ding kaputt. Warte mal. Das Ding ist aktiviert. Wer muss jetzt die aktivieren? Warte. Oh. Oh, okay. 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 Ja, chill mal jetzt. Ja, ist ja leise. Ach, das war's schon. Das war's schon? Der arme. Warte mal. Nein, nicht schwurzen. So, was haben wir hier noch drin? Hellen-Energie-Kristall. Das ist geil. Das ist jetzt schon... Geil. Fähigkeiten, Magie, Vorteile. Nein, 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 nein. Wo waren denn... Wo waren denn die, ähm, Dinge? Ach, hier. Ich hätt gern hier so ein Ding zum auswählen. Ah! 15 Schockschaden. Das ist schon nicht schlecht. Anlegen. Nice. Will mir jetzt da untergehen, ne? Will mir dann sterben, oder? Okay. Das ist wohl die andere Falle dann gewesen. Warte mal kurz. Damit das mal aufhört jetzt. Muss ja auch nicht sein. Achso, ihr könnt gar nicht mehr deaktivieren. Und schleichen uns hier. Ist ja gut jetzt, oder? Also, das ist voll, okay. Dack, dack, dack. Oh, das ist so eine Art Boss. Können wir dagegen schießen? Das hat jetzt schon sehr viel gebracht. Ach, herrje. Wie sollen wir da jetzt weitermachen? Jetzt müssen wir erstmal nach oben. Wieso ist denn der jetzt gestorben? Können wir das Ding jetzt da aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Und gehen da nach oben. Hallo. Okay, wir kommen da nicht rein. Hi. Ich glaube, der ist böse. Der schlägt Kinder. Kinder. Mu, mu. 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 Hehehe. Na, es ist so easy hier. Ausweichen. Bruh. Wie willst du denn da ausweichen? Mu. Mu, 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 mu. Achso. Ja, sorry. Ich wollte dich eigentlich anders besiegen. So. So, kurz jetzt warm. Dann gehen wir kurz rüber und schauen wir mal, was es so in der Kiste gibt. Ach, hier ist noch eine andere Konsole. Wieder konzentraten. Okay. Bis. Okay. Okay. Wer soll sich denn das merken? Warte mal Ja wollte ich schon sagen Das ist doch nicht normal Ich gehe nicht zurück zum Aufzug Jetzt falle ich da durch Jetzt gehen wir erstmal hier rüber Hier passiert nichts Hallo Ah cool Okay, ich habe einen Audio-Log gefunden Das war wunderschön Eine Frau, die auf diesem Schiff hat einen Audio-Log mit einem Papier die sie in einer Alien-Kabinette und sie sagte mir das Code war 776 Das war ziemlich cool denn ich wusste nicht das Code vorher vorher Aber wenn ich die Kabinette gab es nur eine Art Power-Up die ich wirklich brauchte Okay, da können wir nicht Dann gehen wir wieder hier hin Was? Ich konnte nicht weiter gehen Jetzt aber Alter Ich wollte schon gern irgendwie wieder nach unten Achso Achso Ach jetzt auf einmal geht das? Ach scheiße Jetzt kann ich beide wieder fertig machen, okay Drei Hm Hm Holy shit Holy shit Das ist doch scheiße Das ist doch ey Das ist Naja, perfektes Ausweichen irgendwie Jaaaa Was gibt ihr denn jetzt denen ein Schild? 519 Alles klar Digga, du machst mir gar keinen Schaden Was ist denn los mit euch? Schön Oh, das hat ein bisschen weh Ach Geil, ein bisschen was snacken, so wie soll ich sagen, ich krieg euch alle drei mit dran, geil. Aber wie lust das hier draufsteht, ne. Wieso gehen denn mal denen die Schilder nicht weg? Ist mir egal, was ich jetzt schwache bin. So Junge, komm. Was? 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 Ich hab noch ein bisschen rumsnacken hier. Dazu kannst du eben warten, wir haben neue Sachen bekommen. Alien Handschuhe, was kann die denn? Sehr behindert. Ha, das ist jetzt lahmgelegt? Cool. Hey, das war's. Das ist jetzt los. Die Schilder ist runter. Komm zurück und wir können hier raus kommen. Ja, ich komme. Das war ja ein Klatz. Oh. Ja, ich komme gleich. Soll ich da zuerst runter gehen? Ja. Ja. Zuerst runter. Wahnsinn. 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 Hä, warte. Nein, 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 nein. Das war nicht so. Ähm. Hä? Wieso geht das nicht? Das wäre so geil. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich denn das Feuer nicht ausatmen? Na komm her. Jetzt gebe ich erstmal schön einen auf die zwölf. Guck, da wird wahrscheinlich eh da 500.000 Leben. Ja, ist okay Junge. Ja, brauche ich jetzt einen Monat bis ich fertig bin. Ach, das war's schon. Ach du Leber! Ey, der verliert ja nix. Ähm. Scheiße! Der verliert nix. Ähm. Dann nimm doch. Okay, warte mal, warte, 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 wir haben doch jetzt ne neue Fähigkeit. Schönen Tag. Okay. Jawohl! Autsch! Hä? Was? Ich will jetzt nochmal in Action sehen. Okay. Geht jetzt gar nicht mehr. Okay. So ist das gar nicht gewesen. So, jetzt. Schönen Tag. Scheiße! Das war ja sehr effektiv. Muss schon einen trinken. Nein! Hau! Misch! 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 Ach du Leber! Ach du Leber! Ja, ach du Leber! Ha! Furzgranate! Drachenschrei! Wow! Das bringt gar nichts. Aber der ist betäubt. Ach du Leber! Immer noch? Nein, jetzt nicht mehr. Schade. Autsch! 4 Schaden. 4 Schaden. Warum nur 4 Schaden? Ach du Leber! Warum nur 4 Schaden? Scheiße! Nur 1 Schaden? Was ist hier los Warum nur 4 Schaden Ich verstehe das gerade nicht Jawohl Erstmal ne schöne Dose Red Bull Und dann Schönen Tag Okay Autsch Ja aber immerhin Schön Sehr schön Gut dann Geh mal hoch Dann haben wir noch was zum anhören Haben wir schon okay So dann würde ich sagen Wie es weiter geht Erfahrt ihr in der nächsten Folge Haut herein Ciao 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 Ciao